Wir sind ja mit vier Leuten auf engstem Raum. Man schläft halt auf dem Fahrzeug, man kämpft zusammen auf dem Fahrzeug. Jeder Nebenmann ist quasi seine Lebensversicherung. Also man muss einfach auf seinen Nebenmann vertrauen. Anders geht's gar nicht. Kameradschaft ist das A und O. Feindmeldung bei 5-3-5. Alter, gib ihm noch einen. Egal ob ich tausend moderne Flugzeuge habe, die Entscheidung wird auf dem Boden herbeigeführt. Sofort ist der Mann jetzt hierher und dann gibt es sofort eine Blitzeinweisung für den Befehl. Kampfpanzer, Achtung! Kampfpanzer, Anzahl 2, diese vernichtet, keine eigenen Ausfälle. Wenn der Kampfpanzer getroffen wird, ist meistens ein Schild im Schacht. Wir fliegen nach Litauen, um zu zeigen, dass wir keinen NATO-Partner hängen lassen. 1400 Soldaten aus fünf Nationen, das wird schon anspruchsvoll. Man verpasst natürlich viel von seinem sozialen Leben. Es ist wirklich eine lange Zeit. Das erste Mal, dass ich wirklich dann sieben Monate nicht hier bin. Und man wird ganz schnell zu schätzen lernen, was man hier hatte und dort nicht mehr hat. Alles kalt in diesem Panzer. Es kann nur besser werden. Es kann nur noch besser werden. Also, dass ich mich gl Chinese und viele kleine Sachen habe bekommen. Es ist ein Schilder. Es kann nur noch mehr, ich bin so schwer. Ich bin so schwerer und so gut. ever, ich bin mal. Ich bin so voll. Ich bin so. Ich bin so. Bis zum nächsten Mal.